Hey Leute, Toni der Tutor, wir haben immer ein bisschen Sachen, die falsch gemacht werden. Ich dachte heute wegen Muttertag, also heute ist ja Muttertag, und dann dachte ich wegen deiner Mutter. Also wenn manche sich so beleidigen, und dann sagen die deine Mutter, und dann kommt irgendwas Gemeines. Aber es ergibt eigentlich nicht so viel Sinn. Also wenn ich mein Gegenüber beleidigen will, also wenn schon, also dann muss ich ja nicht die Mutter damit reinziehen. Also ich bin nicht beteiligt. Aber ich sage, das war's. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal am Toiletto-Tor.